moin moin und herzlich willkommen zurück hier auf dem battlewolves tv auf youtube wir sind in der spielwoche nummer 14 heute geht's gegen die carolina panthers und da sind wir auch schon so gut wie am ende der saison gucken wir mal kurz rein danach kommt noch die bangles und die packers und dann glaube ich noch letztes spielwoche 17 die chicago bears 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 stimmts 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 alles klar wir müssen noch vier spieltage überleben und dann sind wir in den playoffs sollten wir sowieso schon sein oder gucken wir mal auf die standings 8 4 und 11 1 naja es ist noch nicht richtig sicher gegen die packers müssen wir noch wenn wir alle vier spiele verlieren hätten wir 11 5 ja 11 5 da wäre noch alles drin für die packers also müssen uns noch ein bisschen anstrengen dann sehen wir noch ein bisschen verbesserung ward hat sich verbessert rudolf hat sich noch mal um zwei verbessert wow also das ständige anmeckern bringt scheinbar hier na gut wir hauen rein play season game play offense only auf geht's carolina panthers 87 stärke wir immer noch bei 84 aber ich habe auch noch nicht wirklich die leute weiterentwickelt weil ich spare wenn man eine bestimmte anzahl an punkte spart kann man sie in der entwicklung ein bisschen schneller machen zum beispiel bohringer hat slow es gibt slow normal quick und superstar wir kriegen sicherlich nicht auf superstar aber vielleicht auf normal damit halt normal level slow ist dann schon sehr sehr anstrengend so mckinnon unser starting running back gucke ist er leider noch verletzt aber ich denke mal bis zu den playoffs wird er wieder fit sein und dann hoffentlich verletzt er sich auch nicht in playoffs den brauchen wir nicht panthers mit negativen standings 5 zu 7 wir haben 11 1 ein overtime gewonnen mit glück und dusel aber auch mit glück und dusel sind die färgäste reingekommen und ein overtime for long in die lines dafür haben wir uns schon gerecht also mal gucken wo die reise hingeht andy lee mckinnon touchback wir dürfen starten erst um 10 auf geht's mit dem laufspiel würde ich sagen chicago 2 19 37 gegen die müssen wir auch noch bald kickly kickly hat uns zwei hat es noch gemacht aber danach verändern da war der endgegner über die seite zu werfen trifft dann 39 wir beiden drei siegen und darf jetzt gegen greenbay spielen da können wir nicht auf schützenhilfe hoffen das platz das mega platz 33 jahres nettes geschenk nehmen wir doch gerne an weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's dann hat er dann musste fast noch ein neues verstand gewesen sein oh ich glaube ja so dann schicken wir noch mal einen durch die mitte washington 6 6 la 4 8 chargers der zwei la teams das andere la team hat aber auch 4 8 aus dem tag gesehen passt das verliert auf 4 8 4 8 4 so wir nur zwei hat's gemacht 2 und 8 er könnte scheppern voltimo 9 3 und pittsburg 7 4 stark die übnis hat 10 2 die befinden uns momentan noch in einer liga mit so neues fest down da läuft da immer der gute britschwater los wir versuchen mal rudolf anzuspielen atlanta 9 4 gegen den ablos gewonnen er quatsch gegen new orleans shit ich hätte früher werfen sollen ich war mir nicht sicher als würde rudolf funktioniert null ich vertraue dem penner einfach nicht und dann passiert sowas das ist nicht gut so wir machen einfach ganz normale solide 10-jahr-würfe bevor wir jetzt hier auch wieder was riskieren unnötig gut versuchen wir nochmal auf rudolf nein böhringer come on den hast du in den händen gehabt unglaublich dann müssen wir jetzt doch ein bisschen mehr riskieren ärgerlich 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 kommandex führen zum schotter um gottes willen schön abgewertet na gut dann nehmen wir das fico 48 jahre das wird ein brett das wird ein brett komm Kai hau das ding da rein ja das ist optimal geschossen come on ja nice hat er kriege ich einen 3-0 in führung 1,30 noch zu spielen im ersten viertel gucken was cam newton jetzt macht ok 21 yards hast du dann 10 für 4 lässt steward laufen 2 und 6 für 4 lässt wieder steward laufen 3 und 2 incomplete 4 und 2 geballert nice danke cam super cam so wir sind dran vielleicht mal ein bisschen auf bürger werfen ja ne können wir mal können wir mal machen ja den hat er und das neue first down hat er auch geholt passt danke dafür wow wow und dann lassen wir dann ohne laufen shit war ne doofe Idee ich wollte abbrechen und nach links laufen hat man gesehen ging direkter hinten los das war nix ok erstes viertel ist zu Ende steht 3-0 für uns und wir sind wieder im Angriff und wir sind wieder im Angriff und sollen sie Dicks oder Hodges gucken oh come on schade ey hätte er den gefangen dann wäre er noch weggekommen so so wir bewegen uns raus und dann werfen wir mal ein dickes Ding ja was heißt dickes Ding aber ein bisschen weiter halt ach come on Hodges den hättest du jetzt aber wirklich mal festhalten können diese schwachstens tight ends bei uns ey 37 hat er hinten volle Power nach vorne come on quickly ja wenn sie ihn da stoppen ist das ziemlich in Ordnung 13 keine gelbe Flagge bitte keine gelbe Flagge bitte keine gelbe Flagge was ey so ein Schwachsinnstypen er winkt ab wieso kann ich wieso täckel ich ihn denn noch Cam Newton am Start von der 13 Yard Linie 5 hat er schon 2 und 5 für 4 3 und 1 oh stärker Lauf 9 Yards 1 und 10 für 3 Jacksonville führt 7 nur gegen Seattle 3 und 7 1 und 10 incomplete 2 und 10 für 4 3 und 6 für 8 das reicht 1 und 10 1 und 10 für 9 machen wir 4 Yards um drauf 9 für's down 2 und 6 4 Goal auf jeden Fall schon erreicht aber das sieht sehr gut aus 3 und 12 Fumble stark die Defense rasiert und rasiert 2 2 2 3 und 6 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 Er hat ihn nicht in der Hand gehalten. Also, er hat ihn wieder fallen lassen. Junge, 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 Junge. Zwei und ein. Mann, 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 Mann. Wow. Wieso liegen hier zwei Stück auf uns? Alter. Ey, wir können so froh sein, dass wir diese Defense haben, ne? Offense ist ja richtig räudig geworden in letzter Zeit. Danke, wenigstens Hodges funktioniert hier manchmal. Das ist doch die einzige Route mit Hodges, die funktioniert. Und Kyle Rudolph funktioniert auf gar keiner Route. Naja. Knives first down, alles in Ordnung. Ah, wenigstens noch zwei, drei hat es gemacht. Ich will aufmerkennen. Ja, eine Verletzung, bitte. Zwei und sieben. Wer ist raus? Okay, da drüben ist mir egal. Dit ist mir egal. So, Mobo. Schöner Sprung. Schöner Fang. Ein Yard noch zu gehen. Den haben wir ja locker laufen eigentlich, ne? Den laufen wir. Aber ich nehme die 2-Mail-Warningers noch mit. Kein Stress. Vier Fummels diese Saison. Holy shit. Viel zu viel, Mann. Ich würde gerne nochmal laufen lassen. Ja, den hier. Den einen Yard holen wir uns noch und dann in den 2 Minuten machen wir auf jeden Fall noch einen Touchdown. So ist der Plan. Oh, der war sogar richtig raubig bin diesmal. Schönes Ding McKinnon. Wenn er will, dann kann er. Hier muss doch irgendwann mal ein verdammter Spielzug... Oh, das ist Böhringer. Oha, was ist denn hier los? Soll ich denn da ausgesehen? Okay, wir versuchen mal auf Smith-Schuster. Halt ihn fest, Golle. Sehr nice. Smithy. Juju. Elf Jarts mitten in der Redstone angekommen. Sehr nice. So, dann werfen wir jetzt auf Adam Thielen. Alle mal ein bisschen füttern hier. Das kann ich nicht, Thielen. Ich glaube, ich den da. Das ist Dix. Flagge, wenn wir Glück haben, ist das gegen die Defense. Vielleicht so personal foul. Ja. Nice. Damit sind wir doch fast schon an der Goal-Line. Nur 3er zu gehen. Vielleicht mal so ein Power-Run. Okay, wir probieren diesen Power-Run. Das war eigentlich die Herausforderung. Gab's ja eine andere, ne? Sankys Vorblocker. Tja, der funktioniert 0. Der funktioniert 0. Wie stark war das denn von der Defense? Okay, wir haben 5 Jahre zu gehen. 5, 5, 5, 5, 5. Ich würde gerne nochmal einen Laufspielzug machen, um mir ein bisschen näher ranzukommen. Und dann werfen wir auf Dix. Komm, meine Kinder. Näher ran. Das ist ja nichts großartiges. Ja, der war super, Digga. Ein Jahr hat noch übergelassen. Wir können die Zeit runterspielen lassen. Perfekt. So, Playtune, Quick Pass, Y-Stick. Und rein damit. So, jetzt lassen wir uns ein bisschen Zeit. Eins gegen eins. Klar, dass man nicht so rumlaufen kann, jetzt nur die Linie rauf und runter. Ich kann nur das ein bisschen wackeln und das war es. Schade eigentlich. Ich muss noch ein bisschen hoch und runterlaufen. Halt zum Maul! Bam, dann hauen wir ihn wenigstens selber um. Um Gottes Willen. Die eins gegen eins Situation war nicht gut. Ich habe eine Herausforderung wenigstens abgeschlossen. Ja, und das ist so schlecht. Aber wenigstens selber rumlaufen. Sieben Sekunden, da passiert nicht mehr viel. Gut, dass wir die Zeit runterspielen lassen haben. Aber da ist man sich so fest sicher, dass er die... LOL. LOL. Interception, Touchdown. Wir gehen trotzdem 10-0 in die Führung. Nee, in die Halbzeit. Boah, wie kann man denn so viel Glück haben eigentlich? Holy moly. So, was wollte ich sagen? Da ist man sich so felsenfest sicher. Felsenfest sicher? Ja, irgendwie kann man so sagen. Das dickste Sting ist schon macht eins gegen eins. Und dann braucht er länger. Wirft dann auf den Rücken des Verteidigers. Und von da prallt er ab und naja. Ihr habt es gesehen. Danach wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Unsere Defense rettet durch den Arsch. Wir gehen 10 Uhr in die Halbzeit. Und jetzt marschiert Carolina. Über die Mittellinie. Jetzt sind 10 für 4. 2 und 6. Gedropped. 1 und 6. Strafe. Jetzt kommt das Spiel wieder nicht klar. 3 und 11. Was? Was ist das jetzt hier? 41 Yard Punt an der 5 Yard Linie. Uh, der war stark. Der war stark. Und wo können wir uns hier bedanken? Bei der Defense. Wieso in den Playoffs auch funktioniert, bin ich zufrieden. Uh, shit. Das ist ein Play-Action-Pass. Und wir sind extrem gefährlich an der Safety-Zone. Ja, naja, naja. Mobo kann sich einfach nicht von seinem Verteidiger lösen. Nun, rauslaufen. Und wir kommen in. Gibt uns noch ein bisschen Platz hier hinten. Er ist nicht zu holen hier hinten. An der Linie. Vielleicht war es ein Fehler, Murray abzugeben. Aber das würde ich niemals eingestehen. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Dann müssen wir den Ball direkt wieder abgeben. Für einen Fake ist es einfach viel zu gefährlich. Ich habe immer Panik, dass er die 84 gegen den Kopf schießt oder sowas. Alles klar, den hat er. Aber es ist auch komisch gemacht, ne? Er winkt, das heißt, er müsste eigentlich stehenbleiben und gut ist. Dann rennt er noch einen Meter nach vorne und der Typ haut ihn um. So lange keine Flagge ist mir, der Rest egal. So, Cam. Deine Defense hat es gut gemacht. Jetzt musst du es nur noch draufsetzen. Und dann steht sie zu 10. Aber nicht gegen unsere Defense. Ein 3 und 6. Und da hält sie wieder. 4-Cole ist auch daneben. Danke dafür. Also unsere Defense ist echt schon im Playoff-Modus. Heute lassen sie ja gar nichts zu. Mobo kriegt einen Ball. Mobo läuft für 10. Und für mehr. Wir könnten vielleicht mal den hier wieder benutzen. Und vielleicht schaffen wir es ja, Dix komplett durchzuschicken. Vielleicht mal so eigentlich Blick heute von unserer Offense. Oh, er hat ihn da hinten, aber er hält ihn nicht fest. Okay. Und dann wieder normale Sachen. Normale Sachen. Wir machen einen Laufschlitz-Zock. Für wahrscheinlich 2-3 Yards und dann gucken, was er machen. Sehr nice. Oder wir machen einfach ein neues First Down. Das kann auch mal klappen. Nehmen wir nochmal die Yu-Gi-Oh-Route. Die war voll und glaube ich ganz gut. Auf vielen. Alter, was war das denn? Wird doch fast ein Family Interceptor oder was auch immer. Und was für eine Flagge ist da geflogen. Offense Holding. Danke. Die ist nämlich extrem schnell geflogen am Anfang. Was haben wir jetzt? 1 und 20. Okay. Gleich Decken, die wir wollen werfen. Dabei machen wir einen Lauf. Green Bay führt nur 10 zu 7. Stark, Cleveland. Ja. Schönes Ding. Bleibt doch mal auf dem Bein. 5 Yards gerettet. So, letztes Viertel. Come on, guys. 52. Wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier. Und versuchen vielleicht unter Dings her zu laufen. Unter McKinnon. Wer schneller, wer schneller, wer schneller, hä? Wer schneller, hä? Schweigen gehabt, Mann. 3 und 3. 3 und 3. 3 und 3. Komm her. Den nehmen den hier. Das müsste reichen. Entweder der X oder der Dreieck. X ist Touchdown. Bambe. Läuft doch. Puh. 30. Passing. Touchdown. Und diese Saison. So, dass er so schlecht spielt. Schönes Ding. So. Haben wir auch mal Punkte gemacht. Nicht nur unsere Defense hier. Er hat echt eine coole Frise. Nice, Rhodes. Nice, nice, nice. 2 und 10. Nochmal abgewehrt. Joseph. Nice. 3 und 10. Fallen gelassen. Das ist natürlich richtig bitter. 4 und 10. Incomplete. Danke. Defense bringt uns sehr, sehr nah an die Red Zone wieder ran. 4 und 13 noch zu spielen. 25 Yards nur zu gehen. Ja, da ist... Ach komm. Ach komm. Wenn er das immer so machen würde, ne? Eine minimale Lücke nutzt sie aus für 8 Yards. Respekt. Das will ich nochmal sehen. Come on. Ah, ja, okay. Er macht's nochmal. Aber jetzt hätte ich gerne eine andere Route gehabt. Also. Das hat sich nicht da festpackt. Aber super. Optimal, mein Freund. Optimal. So, 5 Yards zu gehen. So, wir schicken 3 lang. Und werfen aber auf Dicks. Geht aus dem Weg. Er blockt die eigenen Männer, Alter. First rushing touchdown heute. Teddy Bridgewater. Macht's selbst. Das war echt gruselig. Ich dachte, unsere eigenen Leute blocken uns noch. Ja, wir hätten auf Dicks werfen können, aber das wäre auf jeden Fall kaum Raum gewinnen gewesen. Und da. Man ständig schon vorher zu signalisieren oder zu sehen, okay, unser Quarterback läuft selber. Wir müssen blocken. Blocken sie erst, wenn ich schon hinten drinne bin. Junge, 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 Junge. So, 1 und 10 für 9. 2 und 1. Incomplete. Komm, Cam, den einmachst du. Oh, ciao, Cam. 3 und 1. Daneben. 4 und 1. Gepuntet. Jetzt nicht hier, da? Und so, wir laufen wieder eine Runde. Da ist nicht Platz. Alter! Ey! Der hält doch am Facemask! Spiel sagt nein, okay, dann nicht. So, noch zweimal Laufspielzug, dann haben wir hier dieses... Oben rechts sieht man die Herausforderung abgeschlossen. Gottes Willen, was machen die mit dem armen Kerl da drinne? Okay, 3 und 7, das können wir jetzt vergessen, das will ich lieber laufen lassen. Äh, 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 äh. Lieber eine Runde werfen. Nimm den Stick und schick den Diggs los. Jetzt überlege ich, ob ich versuche, den Spielzug zu verlängern oder relativ früh zu werfen. Uh, da. Wir laufen selber. Kriegen einen Mega-Hit ab, aber hey, das muss Bridgewater einstecken. Oh, schon voll grün vom Rasen, ey. So, 2-Minute Warning. Neufer ist down. Und wir mussten ja mindestens noch einmal laufen lassen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Ja, genau. Schubst ihn doch genau in unseren Laufweg rein von den 60. Blöder, blöder Irre. Hm, 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 hm. Ja, ja. Play Action. Come on, Hodges. Ja, toll. Nice catch, Digger, aber Holding Offense, hundertprozentig. Ja, ich weiß. Jetzt war es ein anderer. Pet Elf Line, danke dafür. Somit 2021. Stark. Stark, stark, stark. So, gucken wir mal ein bisschen was anderes hier. Können wir den Stick nehmen. Ey, wir nehmen den gleichen Spielzug nochmal. Wir bringen den Gag gleich nochmal. Oh, Chicago führt. Stark. Das wollen wir uns aber nochmal wissen. Out of, oh nein. Das ist immer das Problem bei ihm, ey. Er läuft zu schnell out of bounds. Ich hätte gerne so ein langes Ding. Muss ich echt das selber suchen? Vielleicht fehlt mir die Zeit. Wir können den Gag nicht nochmal machen, oder? Nein, wir bringen den Gag nicht nochmal. Ich habe eine neue Idee. Kein großes Risiko eingehen, aber ich habe trotzdem eine neue Idee. Die Idee war scheiße. Okay, kicken wir das Ding weg. Volles Brett. Au, das wird nach hinten gehen. Oh, das geht ja sogar noch. Oh, Junge. Er läuft doch nicht aufeinander. So, Defense Hate bis jetzt immer. Könnte ein Shootout werden. Zum Null spielen war vielleicht. 2010. Stark. Ed Dixon habe ich noch gar nicht gesehen. Yo, Griffin ist am Start. 62. Joseph ist am Start. 321. Interception Rhodes an der zweite Häuser. Die Rhodes-Festspieltage, meine Damen und Herren. Diesmal nicht zum Pick-Six. Ah, da lässt er ihn los und kascht uns ein. Ärgerlich. 2 in 10. Über den hier mal wieder. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich nehme den Dicken. Ja, halt mal den Dicken auf. Clemmings. 3 und 1. Laufspielzug. 2 anhalten. Weiterspielen. Come on, guys. 4 fahren jetzt. Ich weiß. Rein, 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 rein. Das hat nicht gereicht. Das ist doch noch schlimmer geworden. So, Timeout. 4 und 1. 4 und 1. 5 insgesamt. Ne, wir wollen kein 4-Kolliger. Wir wollen kein 4-Kolliger. Nehmen wir einen Play-Team. Quick Pass. Ypsilon. Attacke. Jetzt hat das... Was? Timeout. Holy Shit. Kam man ja durch die Mitte durch. Ich war gerade werfen, Mann. Ich hatte doch... Hallo? Ich hatte Timeout-Keule. Na egal. 24-0. Ich wollte jetzt nicht übertreiben und auch nicht großkotzig sein. Shootout gegen die Carolina Panthers. Dank der Defense. Der überragenden Defense mal wieder. Xavier Rhodes mit 2 Interceptions. Stark, 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 stark. Wir haben nur geringfügig einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Aber, ja. Playoffs kann kommen. Wir sind bereit. Defense sowieso. Also, insofern lasst ein Abo da. Ansonsten gönnt euch... Ne, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten gönnt euch ein Abo. Abonniert das Rudel. Und wir sehen uns morgen wieder. In alter Frische. Bleibt sportlich. Und ich bin raus. Haut rein. Ciao.